Mein Name ist Januar Stolff, ich bin Tischler-Azubi und ich mache meine Ausbildung in der Schreinerei Rönnefahrt. Meine Aufgaben sind mit klassischen und modernen Maschinen zu arbeiten, sägen, schleifen, alles was das Holz begehrt. Man sollte für diesen Beruf mathematisches Verständnis mitbringen und vor allem räumliches Vorstellungsvermögen. Besonders Spaß macht mir das Arbeiten an computergeschützten Maschinen wie der CNC, aber auch an klassischen Maschinen wie der Drechselbank oder der Kreissäge. Dieser Beruf wurde mir von Freunden empfohlen, außerdem habe ich auf Facebook und Instagram regelmäßig Posts gesehen und mich dafür interessiert. Mein täglicher Ansporn ist das Material selbst. Holz ist lebendig. Man muss sich in den Werkstoff eindenken und einfühlen, damit man damit arbeiten kann. Wenn meine Ausbildung abgeschlossen ist, habe ich unzählige Möglichkeiten. Ich könnte den Meister weiter machen, ich kann studieren gehen, wie Architektur oder Innenausbau oder auch Möbeldesign.